Also, das nächste Lied sagen wir normalerweise damit an, dass es um Liebe geht und dass man sich im Raum umgucken soll und nach Leuten schauen soll, die ihr möglicherweise gefallen können. Aber, wie man immer auch wieder erfährt, ist Liebe ja nicht nur schön. Deswegen dachten wir uns, wir spielen heute dieses Lied für die Leute, die momentan so glücklich sind, die können das auch für sich so glücklich fühlen und die, die das gerade nicht so, ja, die in letzter Zeit vielleicht Enttäuschung erlebt haben oder versetzt worden sind oder so, die können sich dann traurig fühlen. Und wir machen das so, die, die glücklich sind, die orientieren sich bitte an Dominik und Colin und die, die gar nicht so glücklich sind, die orientieren sich bitte an uns drei hier vorne. Aber, nichtsdestotrotz, viel Spaß. 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 Auch wenn, es sind, Kann ich ja nicht, oder so,? Und zwar, sagen wir, dass wir alles Incredlung verraten. Oh yeah, so whatever is it about you Oh, 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 oh Oh, 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 oh Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Applaus